Du bist auf der Suche nach einer neuen Gaming-Grafikkarte und möchtest dafür gut 400 Euro ausgeben? Dann wirst du ziemlich schnell auf die Frage stoßen, RTX 3060 oder doch lieber die RX 6600 XT. Und um dir die Entscheidung ein wenig zu vereinfachen, möchte ich dir in diesem Video die Pro- und Contra-Seiten beider Grafikkartenmodelle vorstellen, so dass du am Ende die für dich passende Grafikkarte auswählen kannst. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit mehr und legen direkt los. Let's go! Nvidia oder AMD? Das ist nun wirklich eine Dauerfrage, die mir beinahe täglich gestellt wird, genauso wie die Frage ob Intel oder AMD. Und meistens gibt es auf diese Fragen keine pauschale Antwort, sondern nur ein langweiliges, es kommt drauf an. Auch bei der Frage nach der RTX 3060 oder RX 6600 XT gibt es leider keine eindeutige Antwort, aber je nachdem, wo du deinen persönlichen Schwerpunkt setzt, bietet sich entweder das eine oder eben das andere Modell mehr an. Bevor es richtig losgeht, schreib mir unbedingt unten in die Kommentare, welche Produkte ich als nächstes miteinander vergleichen soll. Es müssen auch nicht unbedingt nur Grafikkarten sein, sondern es können zum Beispiel auch CPU-Modelle sein. Am besten natürlich immer zu einem ähnlichen Preis. Und wenn auch du die nächsten Vergleichsvideos dieser Art nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere an der Stelle gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere außerdem noch gerne die Glocke, um auch beim nächsten Video-Upload wieder benachrichtigt zu werden. Nun geht es aber endlich los und wir werfen zunächst erstmal einen Blick auf beide Grafikkarten-Modelle im Einzelnen und danach stellen wir diese beiden Grafikkarten einmal gegenüber. Dabei vergleiche ich jeweils die beiden aktuell günstigsten und natürlich auch verfügbaren Modelle miteinander. Das wäre zum einen die Inno 3D RTX 3060 Twin X2 Low Hashrate für 408 Euro und zum anderen die XFX Speedster RX 6600 XT Core Gaming für 409 Euro. Natürlich befinden sich beide Modelle auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Los geht es mit der RTX 3060 in dem Falle im soliden Inno 3D Custom Design. Die UVP dieser Grafikkarte liegt bei 329 Euro und somit müsst ihr bei diesem Modell also ca. 24% obendrauf zahlen. Dafür erhaltet ihr dann ein GA-106 Amper-Chip inklusive 3584 Shader-Einheiten. Diese 8 Nanometer GPU taktet im Rahmen dieses Custom-Modells mit 1320 MHz Standard und bis zu 1777 MHz Turbo-Takt und wird dabei an einen 12 GB großen GDDR6-Videospeicher angebunden. 12 GB, das ist schon wirklich eine ordentliche Menge, die schlussendlich auf das 192-Bit-Breite-Speicher-Interface zurückzuführen ist. Nvidia hatte schlussendlich die Wahl zwischen 6 oder 12 GB und hat sich dabei letzten Endes für 12 GB entschieden. Die TDP dieses Grafikchips beläuft sich auf 170 Watt und die Stromzufuhr erfolgt via 1x8-Pin-PCI-Express-Anschluss von eurem Netzteil und natürlich unterstützt auch diese Grafikkarte PCI-Express 4.0. Die RX 6600 XT wiederum kommt mit einer UVP in Höhe von 379 Euro daher und liegt mit diesem Custom-Modell derweil knapp 13% darüber. Unter der Haube schlummert diesmal ein Navi 23XT-Grafikchip auf Basis der 7 Nanometer RDNA 2-Fertigung. Dieser taktet mit 2.092 MHz im Basis und mit bis zu 2.589 MHz im Turbotakt und verfügt dabei über 2.048 FP32-Alus. Der Videospeicher beläuft sich diesmal auf 8 GB in Form von GDDR6 bei einer Speichertransferrate von 256 GB pro Sekunde und auch bei diesem Custom-Modell benötigt ihr einen 8-poligen PCI-Express-Anschluss von eurem Netzteil und selbstverständlich unterstützt auch die RX 6600 XT PCI-Express der 4. Generation. Soviel erstmal zu den technischen Spezifikationen und zu den Datenblättern der beiden Grafikkarten. Doch welches Modell ist denn nun das bessere? Grundsätzlich eignen sich beide Modelle erstmal wunderbar für einen leistungsstarken Full-HD-Gaming-PC, zum Beispiel in Kombination mit einem AMD Ryzen 5 5500 oder 5600 bzw. mit einem Intel Core i5 11400F oder 12400F. Die Spiele-Performance ist dabei bei der RX 6600 XT durchschnittlich um 10% besser als bei der RTX 3060, das zeigt auch dieser Graf von PC Games Hardware, aber hierbei kommt es natürlich auch immer auf das jeweilige Spiel und die gewählte Auflösung an. Zeitgleich liegt das AMD-Modell ein ganzes Stück weit näher an der UVP und ist preisleistungsmäßig somit womöglich die bessere Wahl. Dafür punktet das Nvidia-Pendant mit mehr Videospeicher und zwar stolzen 12GB. Man muss natürlich so ehrlich sein und sagen, im Full-HD-Bereich sind 8GB noch vollkommen ausreichend, doch 12GB sind natürlich nochmal deutlich zukunftssicherer und gerade dann, wenn man in Zukunft vielleicht doch mal in WQHD zocken möchte, stößt man mit 8GB durchaus mal an seine Grenzen. Zudem liefert euch die RTX 3060 eine deutlich bessere Raytracing-Performance und auch für dieses Licht- und Schattenspektakel kommen 12GB Grafikspeicher genau richtig. Ob ihr nun Wert auf Raytracing legt oder nicht, bleibt schlussendlich jedem selbst überlassen. Klar, die Optik und das Spielerlebnis unter Verwendung von Raytracing sind schon wirklich nice, aber das Ganze geht natürlich auch ordentlich auf die GPU-Performance und dementsprechend auch auf die FPS-Werte. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Entscheidung zwischen der RTX 3060 und der RX 6600 XT ist meiner Meinung nach außerdem das Thema Upscaling-Technologie. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um eine Möglichkeit, die GPU-Auslastung deutlich zu reduzieren, indem die Grafikkarte intern mit einer verhältnismäßig niedrigen Auflösung rechnet und das Ergebnis am Ende mit einer solchen Technologie hochgerechnet wird und somit in einer höheren Auflösung dargestellt wird. Das spart letzten Endes einfach enorme Rechenleistung, was gerade bei solchen Einsteiger- bis Mittelklasse-Modellen auf jeden Fall eine super Sache ist. In diesem Punkt also im Bereich von Upscaling hat auf jeden Fall Nvidia mit ihrem DLSS-Feature die Nase vorne und AMD muss sich leider mit ihrem FSR und mittlerweile auch mit ihrem FSR 2.0 noch ein ganzes Stück weit dahinter einordnen. Das kann sich natürlich später mit einer neuen Grafikkartengeneration auch nochmal ändern, aber zum derzeitigen Stand ist Nvidia der Konkurrenz dahingehend einen ganzen Schritt voraus. Ein letzter Punkt, den diesmal AMD für sich entscheiden kann, ist das Thema Effizienz. Zwar kommt es hierbei natürlich immer auf das jeweilige Custom-Modell an, aber beim Zocken kann die RX 6600 XT im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Punkt überzeugen, wobei beide Grafikkarten jetzt keine Stromfresser sind. Zusammengefasst lässt sich festhalten, AMD bietet momentan das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, durchschnittlich plus 10% mehr Spieleleistung und ist schlussendlich das effizientere Modell von beiden. Nvidia hingegen überzeugt mit mehr Videospeicher für eine bessere Zukunftssicherheit, eine bessere Raytracing-Performance und das RTX-Feature DLSS, was gerade bei solchen Einsteigermodellen durchaus interessant ist. Jetzt liegt es an euch zu entscheiden, worauf legt ihr einen größeren Schwerpunkt und welche Aspekte sind euch persönlich wichtiger. Damit ihr euch mal einen genaueren Eindruck über die Leistungsfähigkeit verschaffen könnt, würde ich euch dazu raten, dass ihr euch mal ein paar passende Gaming-Benchmarks auf YouTube anschaut, am besten gleich zusammen mit dem gewünschten Prozessor. Und apropos Prozessor, hier habe ich euch jetzt noch meine letzte CPU-Kaufberatung verlinkt, bei der für beide Grafikkarten-Modelle was passendes dabei ist. Schaut dort gerne mal rein und lasst außerdem ein kostenloses Abo da, um auch die nächsten Produktvergleiche nicht mehr zu verpassen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.